In Ordnung, lassen Sie mich diese Frage stellen. Sieht Ihre E-Mail-Signatur hässlich aus? Kommen Sie schon? Sieht sie wirklich gut aus? Stimmt sie mit internationalen Disclaimer-Vorschriften überein? Präsentiert sie Ihre Marke, wie sie dies tun sollte? Hey, jetzt kommt's! Was, wenn ich Ihnen sage, wir können Ihnen helfen? Was, wenn wir alle diese Probleme lösen können? Unternehmen geben Millionen von Dollar aus, um ihr Marken-Image aufzubauen. Aber nur eine hässliche E-Mail reicht aus, um dieses Image innerhalb von Sekunden zu zerstören. Das bringt jeden Unternehmensleiter an den Rand des Wahnsinns. Eine nicht-konforme E-Mail kann Unternehmen tausende von Dollar Bußgelder kosten. Darum muss jede E-Mail, die Ihr Unternehmen versendet, kuhgeldsicher sein. Ha! Warten Sie einen Moment! Bewahren Sie Ruhe! Es gibt nämlich eine Lösung für dieses Problem. Crossware Mail Signatur. Was ist also Crossware Mail Signatur? Es ist eine tolle Softwareanwendung, die automatisch Ihre richtig mit Warenzeichen versehene, rechtlich konforme, personalisierte E-Mail Signatur allen ausgehenden E-Mails hinzufügt. Yeah! So können Sie nachts ruhig schlafen. Oh ja, unsere Softwareanwendung funktioniert auch auf Smartphones. Hey, spielen Sie nicht mit dem Feuer! Nutzen Sie Crossware! Nutzen Sie Crossware Mail Signatur. Okay. Na Semachin